Radio Primaton So, das Radio Primatonverein geht in die nächste Runde. Wir sind hier in Schönau bei der DJK Olympia Schönau. Und heute geht es mal nicht um uns, um Elisabeth Morgenmeier, sondern um den großen Gewinn von 10.000 Euro, den wir die DJK hier einstreichen. Und zwar mit Röhnratun, der Morgenmeier übt schon mal so ein bisschen. Also es klappt ganz gut, die können es natürlich noch besser. Und bringen mit Röhnratun einen Weihnachtsbaum zu leuchten. Das wollen wir jetzt sehen. Wir drücken die Daumen, rutschen euch hier mit und jetzt geht's los. Ja, eigentlich habe ich die 10.000 Euro verdient, aber ich glaube, die DJK kann das besser. Wir legen los. Seid ihr bereit? Ja! Dann kommt unser Motto. 3, 2, 1. Und los geht's! Ja! 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.